Ich bin der Jochen Enderlein, 17 Jahre alt und mache meine Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung beim Sielhoff. Ich habe hier den Beruf zum Anwendungsentwickler ausgewählt, da ich schon immer etwas mit PCs machen wollte, schon von klein an. Und ich möchte einfach generell auch in Zukunft viel mehr damit machen. Zur Firma Sielhoff bin ich durch meine damalige Schule gekommen, da von uns Automaten herumstanden. Und da habe ich einfach mal nach den Ausbildungsberufen auf deren Webseite geschaut und hatten genau das Richtige für mich. Und dann, nachdem ich mich beworben habe, wurde ich auch angenommen. Meine Aufgaben sind, die Software von Automaten zu verbessern, auch weiterzuentwickeln oder auch von Kunden gemeldete Fehler zu beheben oder auch von denen spezielle Anpassungen einfach zu realisieren. Wenn euch der Ausbildungsberuf gefällt und ihr sehr Interesse daran habt, dann solltet ihr auf jeden Fall einige Sachen mitbringen, zum Beispiel Englischkenntnisse, da alle Programmiersprachen eigentlich nur auf Englisch laufen. Und auf jeden Fall auch logisches Denken, da euch Google nicht immer so weiterhelfen kann, wenn ihr nicht wisst, was ihr da überhaupt tut und dass ihr auch ein bisschen abstrakter denken könnt. Musik 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 Musik